Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich wollte euch noch mal kurz vorab noch mal einen schönen Garten zeigen, Terrasse, so sieht das aus, es hat sich wunderbar entwickelt, der Rasen ist grün, die Pflanzen sind gewachsen, sieht alles richtig gut aus. Aber darum geht es heute nicht, heute geht es um einen Roller und zwar um die Drossel. Da es auf YouTube kein einziges Video gibt, wie man eine Drossel einbaut bzw. ausbaut, dachte ich mir, ich zeige das heute mal. Also in Klammern, Ironie, ihr wisst Bescheid. Ich wollte auch mal so ein Video darüber machen, auch wenn es jetzt schon einige Videos darüber gibt. Ich habe hier einen Rollerkanal und das gehört hier einfach rein. Ich will es im Grunde eigentlich nicht zeigen, es ist eigentlich nur ein Unterhaltungsvideo. Ich hatte jetzt auch längere Zeit kein Schraubervideo mehr gemacht und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Ich habe hier verschiedene Drosseln gefunden in meiner Kiste und zwar sind das drei verschiedene Stärken. Ich habe hier eine Drossel, die ist 2 mm, 2,3 mm dick und die andere ist 3,3 mm dick. Umso dicker die Drossel ist, desto langsamer wird der Roller. Warum, erkläre ich euch gleich. Viele wissen das bestimmt schon, aber es gibt bestimmt auch einige, die wissen das nicht und deswegen gehe ich da gleich mal drauf ein. Als erstes natürlich, wie immer, den Vario-Deckel abschrauben mit meinem berühmten Einhell-Akkuschrauber. Ich liebe diesen Akkuschrauber. Ich habe ja den anderen, die neuere Version auch, aber ich nehme einfach immer den, der griffbereit ist. Und es kann ja nicht schaden, wenn man einen zweiten hat, wenn der andere schon etwas älter ist und den Geist aufgibt. Rundherum einfach alle schrauben, lösen. In den meisten Fällen wird der Vario-Matic-Deckel nicht einfach so abgehen. Da gibt es einen richtig krassen Geheimtrick. Einfach den Kickstarter nach unten drücken und dann löst er sich schon halb. Und dann kann man ihn auch schon so abziehen. Und dann hat man die ganzen Komponenten auch schon dort. Dort, wo sich das ganze Spiel abspielt. Und jetzt nehme ich einfach meinen Akkuschlagschrauber. Ich liebe diesen Akkuschlagschrauber, weil ich habe jetzt für diese Arbeit nur meinen Akkuschrauber und meinen Akkuschlagschrauber benutzt. Sonst hätte ich meine komplette Kiste mal rauspulen müssen mit den ganzen hier Ausbauwerkzeugtools und so weiter und so fort. Aber nein, jetzt habe ich einfach nur zwei Sachen. Damit kann ich komplett alles da dran arbeiten. Das ist genial. Ich bereue den Kauf nicht. Erstmal die Mutter natürlich abmachen mit dem Akkuschlagschrauber, Lüfterrad abmachen, Riemenscheibe abmachen. Wenn man dabei ist, die Drossel einzubauen zum Beispiel oder auszubauen, dann soll man natürlich auch alle Komponenten einmal abchecken, ob alles in Ordnung ist. Ganz wichtig. Riemenscheibe und Lüfterrad sehen gut aus. Hier sind meine Kontrollscheiben, heißen die. Die sitzen auch noch perfekt. Kupplung sitzt auch noch tiptop. Keilriemen sieht auch noch gut aus. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, um den Kalkring abzumachen, muss man ihn erstmal ein bisschen lockern am Wandler. Einfach so ein bisschen reindrücken. Dann nimmt man einfach die Drossel und tut die einfach auf die Variomatik-Hülse drauf. Genau so. Das war es im Grunde auch schon. Dann ist die Drossel schon eingebaut. Jetzt kann ich auch erklären, warum der Roller dann langsamer wird. Umso dicker der Drosselring ist, desto langsamer wird der Roller. Und warum ist das so? Ganz einfach, wenn man Gas gibt, die Variomatik ja so nach außen kommt, Richtung Variomatik-Deckel und presst sich dann gegen die Riemenscheibe. Die kommt dann sehr, sehr nah dran, sodass der Keilriemen richtig nach oben gedrückt bzw. gequetscht wird. Aber da dieser Drosselring dazwischen ist, kann die Variomatik nicht mehr so nah an die Riemenscheibe kommen, sodass der Keilriemen nicht mehr ganz weit nach oben gedrückt werden kann. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Und deswegen wird der Roller langsamer. Und deswegen wird auch der Roller umso langsamer, desto dicker dieser Drosselring ist. Ist ja klar, weil wenn er zum Beispiel jetzt noch dreimal so dick wäre, wie ich jetzt hier eingebaut habe, dann würde der Keilriemen ja umso weniger nach oben gedrückt werden können. Aber bevor ich diese Drossel einbaue, das rate ich auch jedem, gucke ich mir nochmal die komplette Variomatik an, gucke ich mir nochmal den Simmerring an der Kurbelwelle an, ob da alles in Ordnung ist. Wenn das schon mal alles auf ist, kann man das ja auch alles einmal komplett abchecken oder nicht. Dazu nehme ich die Variomatik raus, gucke mir die erstmal oberflächlich an. Oberflächlich sieht alles super aus, kann mich überhaupt nicht beklagen. Diese Riefen, diese Schleifspuren, die sind normal, das macht auch überhaupt gar keine Beeinträchtigung. Alles super, die Laufflächen sehen auch super aus, da ist halt Dreck noch Abrieb von den Variorollen. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn man Lust hat, kann man es sauber machen. Die Variorollen, die sind nicht eckig, die sind noch schön rund. Die sind bestimmt ein bisschen leichter geworden, aber der Roller fährt immer noch gut und deswegen lasse ich die drin. Ich denke mal nächstes Jahr sollte ich die mal austauschen. Das sind übrigens noch die Originalvariorollen. Wenn ihr die Variomatik sauber machen wollt, es hat einer geschrieben, solltet ihr mit dem Bremsenreiniger aufpassen. Ich habe die Variomatik sonst immer mit dem Bremsenreiniger sauber gemacht, aber die Variomatik hat ja so eine Gleitlager. Dieses bronzefarbene Teil in der Mitte, in diesem Loch, das ist ein Gleitlager. Und das ist nach Sinterverfahren gefertigt. Wenn da Bremsenreiniger kommt, dann wird es offensichtlich angegriffen, da es sehr offenporig ist. Ich habe bis jetzt immer Bremsenreiniger benutzt, ich habe keine Veränderung oder Verschlechterung gespürt. Mag sein, dass da was dran ist, dann könnt ihr halt auch notfalls einfach einen feuchten Lappen nehmen und das dann sauber machen. Das ist im Grunde genauso gut. Dann gucke ich halt noch rein, ob die Simmerringe in Ordnung sind im Motorraum, sieht alles gut aus. Ich gucke auch immer, ob Späne oder sowas da sind oder irgendwas Auffälliges, ist aber nichts. Also ich gucke immer rundherum, Dreck ist natürlich immer da, das ist normal, aber das ist noch absolut im Rahmen. Dann packe ich wieder die Variomatikrollen in meine Variomatik. Dann tue ich die Steigscheibe drauf. Dann nehme ich die Variomatikhülse, tue die in die Variomatik und tue das Ganze dann wieder auf die Kurbelwelle. Dann nehme ich meinen Drosselring, tue den auf die Hülse, dann nehme ich mir meine Kontrollscheiben und tue die da wieder drauf. Wenn ihr die Kontrollscheiben wieder drauf tut, also ihr hattet zum Beispiel vorher wie ich welche drin und ihr tut die so wie sie vorher waren auch da drauf, dann bemerkt ihr, dass die Kontrollscheiben nicht mehr auf der gleichen Höhe sind wie der Keilriemen. Die Kontrollscheiben ragen heraus, also die sind breiter als der Keilriemen. Das kann man jetzt hier relativ schlecht sehen, aber das darf nicht sein. Deswegen nehme ich jetzt zwei von diesen Kontrollscheiben heraus, damit das komplett wieder auf einer Ebene, auf einer Linie mit dem Keilriemen ist. Das ist wichtig, damit der Anzug wieder passt, weil durch diesen Drosselring ist der Keilriemen jetzt etwas nach oben gerutscht und weil die Variomatik ja so etwas steil nach unten geht, also nicht plan ist, sondern so etwas steil, ist der Keilriemen jetzt etwas tiefer im Motor drin. Und deswegen muss man dann halt ein oder zwei von diesen Kontrollscheiben herausnehmen, damit die Kontrollscheiben plan mit dem Keilriemen abschließen. Ja, dass das quasi übergangslos ist, wenn man so an den Kontrollscheiben Richtung Keilriemen, so mit dem Fingernagel zum Beispiel, so den Übergang fühlt, dann darf da keine Kante oder sowas sein. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut erklären, sodass ihr das verstanden habt. Dann einfach wieder alles rückwärts zusammenbauen, Riemenscheibe, Lüfterscheibe, macht das vernünftig, macht das in Ruhe. Auch selbst da können Fehler passieren und dann macht man sich irgendwelche Teile kaputt. Arbeitet immer konzentriert, nehmt euch die Zeit. Wenn ihr unter Zeitdruck seid, dann macht es nicht. Es wird nämlich nichts. So, eigentlich muss man jetzt hier mit Drehmoment arbeiten, aber ich bin jetzt zu faul, das ist so meine Methode. Das ist nicht richtig, ich mache jetzt einfach dreimal mit dem Schlagschrauber, ein, zwei, dreimal drücken, dann ist das gefühlsmäßig fest genug. Aber richtig ist das nicht. Nehmt hier einen Drehmomentschlüssel, das Drehmoment weiß ich jetzt gerade nicht. Müsst ihr euch nochmal schlau machen. Ich denke mal so 20, 30 Newtonmeter werden es schon sein. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau und ich will euch nichts Falsches sagen. Ich mache das dann immer noch so, dass ich dann den Keilriemen noch so ein bisschen drehe, damit ich die Gewissheit habe, dass sich da nichts verkeilt hat oder sowas in der Art. So sieht das gut aus. Das ist mein Vergaser, den hatte ich ja vor einigen Monaten gereinigt. Das sieht immer noch ganz gut aus. Dadurch, dass der Vergaser jetzt so auf ist, muss ich den wahrscheinlich jedes Jahr sauber machen, aber sollte man eh, wenn man mit dem Roller regelmäßig fährt. Ja, das ist mein Roller, B196, haben es schon einige gefragt. Wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen dauern, aber ich werde das noch machen. Wenn ich den dann habe, wird der Roller, also meine Energy dann vermutlich wegkommen. Mein schöner Roller. Ja, dann bleibt es nur noch den Variomatic Deckel dran zu schrauben. Guckt, dass ihr die Welle dort, die Kickstarter Welle vielleicht nochmal fettet, wenn da kein Fett dran ist. Hätte ich machen sollen, habe ich aber jetzt dort vergessen. Und das ist natürlich jetzt wieder ärgerlich. Was ich jetzt da mache mit den Schrauben, einfach mit dem Akkuschrauber reinschrauben, das ist keine gute Idee. Ich würde die Schrauben die ersten paar Millimeter mit der Hand reindrehen, damit ich Gewissheit habe, dass das Gewinde richtig greift. Weil so besteht die Gefahr, wenn ihr das mit dem Akkuschrauber so macht wie ich, dass die Schraube schief reingedreht wird und ihr zerstört somit das Gewinde. Mir ist das auch bewusst gewesen, als ich das reingeschraubt habe, deswegen habe ich das langsam gemacht. Aber wer absolute Sicherheit haben will, sollte das mit der Hand erst reinschrauben und den Rest dann mit dem Akkuschrauber. Einmal ist mir das schon passiert. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn da jetzt am Variomatic Deckel, wenn da ein Gewinde kaputt geht oder zwei. Das ist jetzt kein Weltuntergang, aber die Schrauben haben ja ihren Grund da zu sein. Und die sind unter anderem da, weil das Getriebe ja auch am Variomatic Deckel gelagert ist. Deswegen ist es wichtig, dass eigentlich alle Schrauben drin sind. Ja, ich meine, diese Schrauben am Variomatic Deckel, das Gewinde, kann man problemlos nachschneiden. Das geht, aber wozu, wenn man es vermeiden kann? Dann habe ich die Schrauben alle zugeschraubt, überkreuzt, so gut wie möglich. Und das war die Geschichte auch schon. Dann muss man im Grunde nur noch einmal Probe fahren, einmal Max Speed fahren und gucken, wie schnell der Roller ist. Am besten mit GPS. Ich weiß ja, wie schnell mein Tacho ist. Ich muss bei meinem Tacho ungefähr 7 bis 8 kmh abziehen im Schnitt. Also wenn mein Tacho jetzt zum Beispiel 58 kmh anzeigt, dann fährt mein Roller in Wirklichkeit 50 kmh. Deswegen benutzt er GPS. 3 kmh, glaube ich, ziehen die nochmal toleranzmäßig ab. 2 bis 3 kmh, das heißt, wenn der Roller 53 kmh real fährt, dann ziehen die halt nochmal diese 3 kmh ab. Dann habt ihr 50. Bei mir zum Beispiel sind es 8 kmh zu viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel 58 kmh fahren kann mit der Drostel, dann wäre ich ja bei 50 realen kmh. Das heißt, ich könnte mit Toleranz theoretisch laut meinem Tacho 58 plus 3 61 kmh fahren, laut meinem Tacho. Ich werde das austesten. Wenn ihr dann merkt, ihr seid zu schnell, dann müsst ihr euch eine breitere Drostel einbauen nach derselben Prozedur. Das war es auch schon. Und wenn die Drostel drin ist und ihr wollt die ausbauen, dann natürlich genau umgekehrt. Einfach rausnehmen und dann alles wieder zusammenbauen. Das war es. Das war es. Das war es. Das war es. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie immer. Abo, Like, Glocke. Ihr wisst Bescheid. Ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.